Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eine elektronische Schließung bei einem Serverschrank? Bei der elektronischen Schließung handelt es sich jetzt nicht mehr um den Profilhalbzylinder. Dieser wird durch eine elektronische Schließung ersetzt. Diese wird individuell für einen Schrank zum Beispiel mit einer Keycard oder einem Code versehen. Natürlich gibt es viele weitere und umfangreichere elektronische Schließsysteme. In unserer Bio findet ihr unseren Leitfaden dazu und unsere Berater beraten euch natürlich jederzeit gerne dazu.